Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Liegt ein Obdachloser unter einer Brücke und friert. Plötzlich erscheint ihm eine gute Fee. Sie sagt, du hast einen Wunsch frei. Der Obdachlose überlegt nicht lange und sagt, ich habe nur einen Wunsch. Ich hätte gerne ein warmes Plätzchen. Es blitzt und schon steht die gute Fee vor ihm und hält ihm ein warmes Keks vor die Nase.